Sie sind ein super ehrgeiziger Typ. Wie wird das funktionieren in den ersten Spielen? Ich denke grundsätzlich, Nico Burchardt versucht sich immer an dem Maximalen zu orientieren. Ich denke, das sollte unser Ziel sein, ganz ganz oben mitzuspielen. Ich denke, ich habe irgendwann mal angefangen, Nico Burchardt hat irgendwann mal angefangen, Fußball zu spielen, um Deutscher Meister zu werden. Das muss natürlich auch das Ziel sein von Nico Burchardt, sich mit den Besten zu messen und natürlich irgendwann auch die Schale nach Hause zu holen. Reicht denn die Schale dann? Muss dann nicht noch mehr her? Ja, richtig, richtig. Nico Burchardt will natürlich alle Titel gewinnen. Nico Burchardt möchte alles gewinnen. Natürlich möchte ich auch den DFB-Pokal gewinnen, natürlich auch eventuell die Champions League in zwei Jahren. Ich möchte das Maximum erreichen, ja. Am meisten braucht man dafür wahrscheinlich Eier oder gibt es ein anderes Erfolgsrezept? Ja, sicherlich. Wir brauchen Eier. Wir brauchen eine Menge Eier werden wir brauchen, richtig. Danke. Sehr gut. Vielen Dank. Danke.